Oh, ich hab gar nichts mehr zu trinken hier oben. Ach, und mein Sand ist schon wieder leer. So, gehen wir mal hier durch die Hülle durch. Na, komm mal hoch hier. So, 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 so. Hier nicht, da. Ne, ne. Na, der fällt hier nicht den Berg hoch. So, wenn hier dann noch ein bisschen Gras drüber wächst und ein paar Bäume in die Teilzinschlager setzen werde, dann sieht das doch eigentlich mal so scheiße aus. Wird's Graswildsache wachsen lassen? Ich lass Graswildsache wachsen. Jetzt werde ich erstmal diesen Baum hier abholen, weil der sieht verdammt hässlich aus. Da kommt dann vielleicht noch mehr. Jetzt sind wir aber bei Kantspielmusik, also wir kommen gut. So, schlecht. Kantspielmusik. Das Minecraft passt das gerade. Hier, hier, am Baum. Ich versuch mal... Oh, wird da nicht weggehen. Ich versuch dann hier mal einen neuen Musikrein zu ballern. Das ist noch mal so. So, den Musik wann hab ich hier runtergeladen? Ich hab mich da noch... Oh. Geronimo! Bestimmt zwei Monate her. Ist das jetzt alles an Holz und Wilden hier in dem Baum? Warte, das kann ich nicht sehen. Wollen Sie sehen, kommt hier zuerst mal nix mehr an Holz. Ah, da vorne. Und der ist schon hinter. Auf der Bildfläche. So. Dann schlafen wir hier nochmal einen neuen Baum. Dann gucken wir mal, dass wir das hier alles ein bisschen... ...schöner rund ums Haus. Von der kann man ruhig so lassen, damit wir dann auch nochmal... ...abholzen und reinzuschauen nochmal. Wenn ich schon dabei bin. Nehmen wir mal ein paar kleine Arbeiten. Ja, das muss ja auch mal sein. Aber gar nicht immer noch. Hauptarbeit. Wenn ich jetzt richtig ist, dann ist er da drin. Das ist ein Holz. Ich muss jetzt auch noch Holz. So. So. Oh, das war natürlich quasi gar nicht scharf. Oh, hier ist noch ein riesig viel Holz. Na gut. Muss halt alles gemacht werden. Hier liegen ja nur so ein Dreckblock irgendwo noch. Hier sind überall Bäume nur ab so halb abgeholzt. Und hier ist... das ist wie Gravail. Blick damit. Hier müssen wir echt mal... Das... Bevor ich jetzt sage, das müssen wir irgendwann mal machen. Mach ich das jetzt am besten alles hier. Mach ich die ganzen Räume mal weg. Mach das. Nehmen wir weg. Wir haben auch ein bisschen Holz da wieder. Machen wir jetzt halt diese Bäume weg. Holz anziehen. Okay. Okay. Wie das Loch, das wollte ich glaube ich schon seit Part 60 oder so mal schlopfen. Bei welchem sind wir jetzt Part? 90 sind wir knapp, glaube ich. Oh. So. Wäre ich da hier hoch. Hoch gerade. Ist das hier ungefähr Part 90? Ich weiß es nicht, weil... Ich nehme ja vor. Wie gesagt, wird Wali jetzt auch bald kein Internet hat. Nooo. Kein Internet. Ich werde sterben. Vielleicht gibt es ja nochmal Folgen ohne Wali. Ich werde sterben. Jetzt bin ich hier oben in der Mauer. Und da... Die reiß ich ab. Das ist... Das ist definitiv scheiße hier mit 30 Minuten. Zerstört das ganze Bild in der 30 Minuten. Also jetzt gleich. Ich hoffe, Wali hat auch nicht so weit was gegen. Was? Weil ich die Mauer abreiße. Welche Mauer? Die Mauer, die ich hier oben gebaut habe, du und du da bei der langen Aufnahme. Nein, das regnet schon wieder, oder? Ich werde zu mir hin. Ich habe hier nicht gebaut. Ich habe hier nicht gebaut. Ich habe hier nicht gebaut. Mhm. Da haben wir auch übelst viel Wolle. Ah. Warum hackt das jetzt? Psss. Naja, gut. Oh, das wars. Da muss man respawn werden. Und alle unsere Eits wieder aus. Also die Mauer werde ich echt wegreißen. So, hier runter. Jetzt werde ich weiter mit der Bäume weg Aktionen weitermachen können. Ausverschänderung Aktion Teil 1. Da auch noch was. Da oben sehen wir schon wie langsam es weiter geht. Schau, dass man das Wetter echt nicht wegschieben kann. Das ist so dumm. So, was ist denn hier noch? Der Baum ist weg. Der Baum ist weg. Da ist noch ein Stamm. Das ist gut. Ich werde erstmal wieder mal Items ordnen. So. 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 Und so. Und da muss aufhinsen. Auf dieser schnellste Dreck. Ja, das kann ich vielleicht. Nein, kann ich nicht. Und dann komm ich da dran. Nein. Aber jetzt. Weil du bist da fleißig ab dem Haus bauen, ja? Ja. Das ist gut. So, dann brauchen wir noch andere. Ja. Mein Glas war bloß gerade schon wieder alle. Obwohl ich zwei 64er Stacks dabei hatte. Okay. Und ich habe noch nicht mal die eine Runde geschafft damit. Gut. Was haben wir denn hier noch? Woa. Woa. Da ist ein schweißer. Nach-in den Widerverströten schon. Ist ja. Auf dem Widerverströten. Es sind viele Bräume, die hier, wenn die hier halb abgeheutzt wurden. Durch deine Füße in den Schmanden. Das ist ja echt... Was hat die überhaupt zu machen mit der Pflanze, ey? Ich bin doch mit der Pflanze! Hahahaha Alter... Da kann man auch keine kleinen Pflanzen, ne? Man, ich bin mal wieder... Wir haben hier bald 74, und... Da vorne wichst du schon an einem Grasdruck, wenn die Bäume sind schon, aber... Das ist natürlich eher schwer... Das sieht ja doch schon fast nicht mehr nach voraus, aber wenn man's nicht wüsste würde ich fast sagen, die ist nie wieder passiert... Naja... Gut... Wenn man hier noch klar wird, ist man wieder weg... Ist natürlich auch direkt ein Scheißen-Dunkel hier... Tasi... Durch Regen wird das total dunkel... Das braucht noch was, ne? Ich seh ja schon relativ wenig... Wen ich die dann erst in Aufmerksamkeit... Das ist ja schon... HD... Also in diesem Moment ein Lohn, das ich für mich verbiete... HD... Anzuschalten... Ah, cool... Ich bin jetzt nur natürlich auch einfach in das Richtigkeit... So... Friel... Jetzt wird erstmal dieser hässlige... Block... Dreck... Ab... Gebaut... Ba... Alter... Was is drin das? Hakeл ich das grad bei uns? Oder sind das nur dicke Regentropfen? Oder sind das nur dicke Regentropfen? Oder sind's nur dicke Regentropfen... Jetzt wird ich mal echt grad übelst nach Hage. Was ist denn das hier, oder was ist das? So, jetzt wird das hier erstmal abgeholzt. Das ist echt eine Aufgabe. Danach werde ich noch ein bisschen World Trade Center bauen. Danach wird irgendwann die Mauer dahinten weggehauen. Oh, okay, gut. Oh, guck mal, nicht ganz ran. Eigentlich kann ich ja sogar schon sagen, dass ich jetzt ein neues Projekt mache, weil derzeit wurde das hier aufgeladen. So läuft das wahrscheinlich schon lange. Aber naja, man weiß ja nicht. So, jetzt sieht das hier zwar relativ kahl aus, aber das lässt sich natürlich verbessern. Indem man jetzt einfach mal nicht wild irgendwo bauen kann, wird vielleicht auch ganz schlau machen. Jetzt warten wir erst mal auf das Wechsel und jetzt reiß ich da oben. Obwohl ich nicht sowas von auf dem Sack geht. Oh, jetzt muss ich jetzt mal hier ein Glas zerstören. Ich muss natürlich auch das Glas verschehen. Hallo Walitzki. Hallo. Hallo.